wir sind am deutschen museum oder im proxy dafür zuständig virtuelle angebote zu zeigen und uns grundsätzlich in allem möglichen was dazugehört virtual reality augmented reality manchmal fällt da auch so ki mit rein obwohl es nicht direkt virtuelle angebote sind aber es gibt ja so verschiedene überbegriffe die gerade durch die gegend wabern und die dann gerne mal zusammengefasst werden im museum und das ist meine hauptaufgabe als leiterin das doll haben das proxy am deutschen museum und in der abteilung deutsches museum digital machen wir natürlich darüber hinaus noch ganz viele andere sachen wir sind zum beispiel dafür zuständig die objekte im haus zu digitalisieren in den datenbank einzupflegen zu vernetzen mit den digitalisaten der bibliothek und des archivs oder auch mit anderen museen und wir sind als digitalisierung auch teil der forschungsabteilung im deutschen museum und dementsprechend forschen wir auch zum beispiel zum einsatz von ct scans für restaurierungsforschung aber eben auch mein bereich digital story telling wird schon augmented reality zählen als forschungsbereich und darum soll es heute auch gehen das heißt ich werde einmal vorstellen was das proxy ist sieht hier schon so verschiedene auflistungen ist tatsächlich ein ort eine fläche bei uns am deutschen museum wo wir virtuelle inhalte für die besuchenden anbieten aber darüber hinaus nutzen wir den ort auch als experimentierfläche beziehungsweise forschungsfläche und auch als co creation space und ich werde heute einmal einen kleinen überblick geben wie es überhaupt zum proxy gekommen ist also warum machen wir das überhaupt am deutschen museum geht dann auf die verschiedenen bereiche ein wird auch ein paar forschungs und evaluierungsergebnisse vorstellen und am ende auch naja so eine art zusammenfassung ausblick implikation oder eben wie der titel sagt was dahinter steckt wir müssen mehr herausgehen wir müssen mehr rausgehen darauf noch mal eingehen am ende vielleicht das auch noch mal vorneweg wer das deutsche museum nicht kennt wir sind ja auf der museumsinsel hier in münchen relativ großes museum mit standorten neben der museumsinsel noch auf der theresienwiese in schleißheim in bonn und seit kurzem auch in nürnberg das heißt wir sind einerseits ganz schön verteilt wir sind auch von der fläche her dadurch eines der größten museen für technikgeschichte naturwissenschaften wir haben um die 500 bis 600 mitarbeitende also ist tatsächlich auch ein sehr großer komplex was die leute angeht die hier so rumwuseln und wir sind teil der leibniz gemeinschaft deswegen haben wir auch eine forschungsabteilung also wir sind damit ein leibniz forschungsmuseum und haben hier den schwerpunkt hauptsächlich im bereich technikgeschichte und technikphilosophie und entsprechend hier auch enge anknüpfungen an die lmu an die tu aber auch an die universität der bundeswehr zum beispiel das waren jetzt die ganzen fakten für die schon mal museum waren es ist wahrscheinlich eher so ich kenne das deutsche museum weil ich entweder während der schulzeit unbedingt hier hin musste und ich erinnere mich entweder an das bergwerk durch das ich durchlaufen konnte an die großen flugzeuge oder an die show wo es die ganze zeit blitzt und dafür steht natürlich das museum auch ich habe gesagt ich gehe auf die geschichte und auf das proxy ein ich möchte aber erst noch mal sagen warum wir es wichtig finden dass überhaupt angebote aus den extended realities also dieses ganze spektrum abdeckend im museum relevant sind und warum man sie sich anschauen sollte nicht nur die besuchenden sondern auch die museen sich damit mehr auseinandersetzen sollten und das ist auch deshalb wichtig weil tatsächlich in museen auch immer noch eine vorsicht ist weil natürlich diese technologien sind kostspielig die frage ist wer hat die expertise im haus das umzusetzen und es gibt auch immer wieder die angst wenn man museale objekte virtuell darstellt brauchen wir dann überhaupt noch das analoge museum gehen dann die besuchenden überhaupt noch hin brauchen wir die objekte noch und so weiter für uns ist aber ganz klar dass solche angebote wie in der vr-brille einfach eine erweiterung sind das vermittlungsangebot das heißt ich kann objekt einfach noch mal auf eine ganz andere art darstellen weil person a vielleicht gerne texte liest person b gerne sich die bilder anschaut die dazu aufgehängt sind oder das objekt selber oder sich person c gerne mit audio guides beschäftigt und dann gibt es vielleicht aber noch personen die sagen ich möchte irgendwie mit dem objekt noch mal ganz anders interagieren ich möchte das näher betrachten ich möchte rundum gehen weil ich das vielleicht im ausstellungsgebäude im ausstellungsraum nicht kann und die möglichkeit haben bieten natürlich dann extended reality sowie andere angebote ist es eben ein weiterer zugang museumsobjekt darzustellen und auch zu vermitteln zu erklären verständlich zu machen und es ist nicht nur ein also es geht natürlich nicht darum ich habe dann bei uns im haus zum beispiel eine dampfmaschine stehen und dann habe ich die einmal als dampfmaschine als objekt und daneben schild und dann habe ich eine audioguide und dann also sozusagen nicht so eine auswahlbar für jedes einzelne objekt sondern es geht natürlich auch darum wann bietet sich das vor allem an manche objekte gerade im deutschen museum kann ich sowieso anfassen andere aber vielleicht nicht und dann bietet sich an oder ich habe ganz generell neue darstellungsform auch wieder ein beispiel bei uns aus der maschinenhalle da stehen ganz viele verschiedene maschinen seins dampfmaschinen oder motoren und die stehen natürlich im ausstellungsraum ganz unabhängig davon wo sie mal gestanden haben das heißt mit virtual reality oder auch augmented reality können wir die objekte rekontextualisieren ich kann also wieder in die in den firmenraum gehen oder in die firmenhalle und mir das objekt anschauen wo es war oder noch plastischer gesagt unser mondauto das kann man sich halt dann der virtuellen realität auch auf der mondoberfläche anschauen und hat dadurch einen anderen zugang ich kann aber vielleicht auch maschinen an machen oder in die maschine reinschauen mit der mechanik anschauen das sind sachen die ich natürlich kann als besucher besucherin natürlich nicht jedes objekt auseinander bauen und dann wieder zusammenbauen und natürlich bietet das dann auch einen emotionalen zugang zu dem museumsteam und damit auch neuen ansatz wie wir inhalte vermitteln können wie wir wenn wir jetzt auf einer ganz anderen ebene also das heißt die bindung der besuchenden ans museum haben wir natürlich vielleicht auch eine emotionale bindung an das museum und an so objekte und schlussendlich zählt dann auch da dazu dass der museumsbesuch zum erlebnis wird das museum ist natürlich ein ort des sammelns und archivieren und des forschens aber eben auch ein ort wo gelernt sich ausgetauscht erlebt werden soll und dazu trägt natürlich auch der einsatz von verschiedenen technologien immer wieder bei und ich habe jetzt die ganze zeit von extended realities gesprochen und ich glaube dass grundsätzlich der begriff wahrscheinlich klar ist und die technologie ist jetzt auch nicht unbedingt neu aber tatsächlich ist es ist ja so dass die begriffe immer ganz unterschiedlich verwendet werden und deswegen habe ich auch noch mal so eine grafik mitgebracht wie wir den begriff verwenden also extended reality ist tatsächlich so über diese gesamte bandbreite sei es jetzt ob ich über die realität in der ich gerade bin ein tablet oder ein handy oder eine brille halte und dann sozusagen augmentiere bis hin dann zur virtual reality wo ich mit meistens den großen headsets und manchmal auch mit kontrollern in einer virtuellen realität interagieren genau das erstmal so als basis ich habe schon gesagt ich will heute auch so ein bisschen darauf eingehen wie wir überhaupt zum proxy gekommen sind und deswegen habe ich einmal so eine zeitliche übersicht mitgebracht das ganze hat ganz konkret im deutschen museum 2015 angefangen mit einem ersten vorläufer projekt das war zusammen mit v dynamics der firma hier in münchen damals hieß sie noch time in the box deswegen steht das oben rechts im video und bernhard strakenbrock und wir haben damals mit fotogrammetrischen maßnahmen und scan maßnahmen laser scan maßnahmen erste objekte gescannt ich habe jetzt gerade wie gesagt ich war tatsächlich noch gar nicht im haus 2015 aber das team deutsches museum digital hat damals quasi schon angefangen mit scans zu arbeiten diese dann eben auch ja die daten weiterzuverwenden die polygon modelle und daraus dann nachmodellierte animierte modelle zu entwickeln dann war natürlich die frage was machen wir damit also das ist auch eine frage mit der sich die abteilung immer noch beschäftigt bis haben mittlerweile eigene scansysteme und scanne objekte und das kennen das manchmal gar nicht so aufwendig wie die nachbearbeitung der daraus entstehenden rohdaten und dann eben auch die frage wenn ich die dann tatsächlich mal neu modelliert habe zur verfügung gestellt habe wie hier dann tatsächlich schon animiert habe wo zeige ich die wie zeige ich die kommen die direkt in die ausstellungsräume und so weiter und da war dann tatsächlich erstmal dieser kleine cut zwischen 2015 und ungefähr 2018 ende 2017 nämlich startete das verbundprojekt museum 4.0 das ist ein sehr groß angelegtes verbundprojekt gefördert von der beauftragten bundesbeauftragten für kultur und medien wir waren zum anfang sieben museen die geld bekommen haben um digitale vermittlungsangebote zu entwickeln zu testen und vor allem so zu dokumentieren dass wir materialien für andere museen bereitstellen können das heißt wir hatten nicht nur die aufgabe also unser schwerpunkt am deutschen museum ist storytelling im kontext von der von 3d digitalisierung und der 3d scan wir hatten nicht nur die aufgabe eine fläche uns zu suchen und dann wird reality inhalte da drauf zu stellen sondern auch so viel wie möglich aufzuschreiben was was ist daran schwierig wie sind wir vorgegangen was würden wir anders machen und diese materialien dann online zur verfügung zu stellen das heißt wir haben mittlerweile ein ganzes sammelsurium an solchen unterlagen auch evaluierungs unterlagen von uns aber auch von den anderen verbundpartnern auf der webseite von museum 4.0 und wir sind über die jahre auch gewachsen das sieht man hier an der karte wir sind nämlich mittlerweile über 20 institutionen und tatsächlich wird dieses jahr ende juni museum 4.0 als verbundprojekt erst mal beendet und hat da aber glaube ich sehr viel bewegt in der museumslandschaft um neue anstöße zu geben aber auch vor allem um sich zu vernetzen und auszutauschen zu digitalen angeboten und wir haben dann eben durch die finanzierung über museum 4.0 überhaupt erst die möglichkeit gehabt bei uns im deutschen museum die inhalte die schon teilweise entstanden sind 2015 zu nutzen und den besuchenden zur verfügung zu stellen das heißt wir haben eine fläche im ausstellungsraum bekommen das war ich weiß nicht wer überhaupt schon das letzte mal im deutschen museum war und mittlerweile ist die hälfte wo wir waren auch schon geschlossen aber wir waren hinter der physik ausstellung angesiedelt mit unserem damals hieß es vr lab und wir haben 2018 im august eröffnet und hatten hier ungefähr 120 quadratmeter den eingangsbereich bei dem besuchende die möglichkeit hatten sich erst mal überhaupt zu informieren sich aber auch anzumelden das heißt wir haben schon oft ja auf der ebene angefangen zu experimentieren für andere museen wie machen wir das dann am besten machen wir eine anmeldung machen den walk in kommen die leute einfach rein und gerade beim deutschen museum mit wir können bis zu vier oder 5000 besuchen am tag haben und wir haben man setzt hier kurz gesehen nur drei flächen das heißt wir haben uns natürlich für eine anmeldung entschieden um die frustration möglichst gering zu halten ich habe es gerade schon gesagt wir hatten zwei vr flächen auf denen wir inhalte gezeigt haben und eine fahrsimulator in der mitte mit dem man über den mond fahren konnte und wir haben das vor erleb ganz offen auch so kommuniziert auch an die besuchenden dass es quasi ein ort ist an dem sie objekte virtuell erleben können aber auch ein ort wo sie gemeinsam mit uns testen können was ist interessant was ist nicht interessant was könnte man verändern und wir haben in diesen jahren auch tatsächlich das sieht man in diesen kleinen bildern unten in der mitte von der folie gerade vor allem ganz viel drauf gesetzt also 2018 und 2019 auf die evaluierung das heißt wir haben umfassend mit den besuchenden zusammen die usability das betriebskonzept das storytelling grundsätzlich die inhalte grafik die betreuung evaluiert und uns feedback eingeholt und haben dann entsprechend auch die inhalte mit der firma v dynamics zusammen auch noch mal komplett überarbeitet weil wir festgestellt hatten da sind noch ein paar zu viele knöpfe belegt auf den controllern das ist zu kompliziert wir haben das storytelling noch mal angepasst die besuchenden konnten zum anfang ganz frei explorieren weil wir dachten das ist toll wenn man aber nur 15 minuten zeit hat und eigentlich noch kaum erfahrung hat mit der technologie dann ist so ein bisschen führung durch so eine sequenz auch ganz gut das heißt hier haben wir uns vor allem darauf konzentriert und dann kam natürlich 2020 der große einschnitt mit der pandemie weil nicht nur das haus schließen musste sondern sehr viel länger als das haus geschlossen hatte in der zeit hatte auch das vor allem geschlossen und das lag vor allem daran weil selbst als das museum wieder öffnen konnte war es natürlich schwierig in dem moment wo ich einer person helfen muss eine brille aufzusetzen kann ich den mindestabstand nicht einhalten und dementsprechend war das vor allem sehr sehr lang geschlossen und wir haben diese zeit tatsächlich trotzdem versucht zu nutzen wir haben dass derselbe raum die man vorher im video gesehen hat wir haben den fahrsimulator einfach rausgeräumt haben leinwände besorgt und haben versucht mit raumprojektionen zu arbeiten das heißt wir haben einerseits probiert wie ist es denn wenn eine person die brille auf hat und hier ist es eine unterwasser welt das war im rahmen von einem kulturfestival zusammen ich glaube hier ganz konkret mit dem xr hub bavaria wie ist es denn wenn eine person die brille auf hat und das was die person sieht sie in allem raum das heißt auch um zu gucken vorher konnten bei uns drei leute die brille auf haben und die drei haben das gesehen und dann rundherum noch familie die vielleicht rundherum stand über dem bildschirm auch was die person gesehen hat aber was ist denn wenn nur eine person die brille auf hat aber noch fünf bis zehn andere im raum sind und ein selbes erlebnis haben es ist zwar nicht die brille auf haben aber ich habe trotzdem räumliches erlebnis ich habe das gefühl ich bin in dieser unterwasser welt wie funktioniert das dann ist das für uns technisch brachbar wie kommt es bei den besuchen dann an und wir hatten so ein zwei projekte wo wir das tatsächlich auch mal testen konnten und konnten so dann auch rückmeldung bekommen wenn auch nicht auf einer ebene wo wir sonst versuchen evaluation zu machen aber zumindest rückmeldung zu bekommen dass besuchende das durchaus auch sehr interessant finden und das natürlich auch noch mal ganz anderen effekt hat weil ich dann ja wenn ich dann bin ich mit einer freundin im museum bin dann kann ich mit der direkt sprechen mit der vr brille ist es was was man danach bespricht und dann kam der letzte einschnitt sozusagen und deswegen heißen wir mittlerweile proxy ich habe vorhin schon kurz angedeutet das deutsche museum befindet sich schon seit längerem in größerer renovierungsmaßnahme das gesamte gebäude das ausstellungsgebäude wird renoviert und wir haben 20 22 den großen schritt gemacht die eine hälfte wieder zu eröffnen mit 19 neuen ausstellungen das hat gleichzeitig bedeutet dass die andere seite des museums geschlossen wurde um jetzt in die renovierungsmaßnahme zu gehen und das hat natürlich auch unsere fläche betroffen und dementsprechend sind wir dann ende 20 21 anfang 20 22 ausgezogen aus dem ausstellungsgebäude und sind ins forum der zukunft gezogen das ist auch auf der museumsinsel da war früher im ex planetarium drin da ist jetzt der blitzclub drin und wir sind quasi jetzt nachbarn vom blitzclub kann man so sagen wir haben ein bisschen eine größere fläche bekommen sieht man hier wir haben tatsächlich das setting ansonsten beibehalten wir haben wieder ein traversensystem weil wir die technik transparent zeigen wollen wir haben unseren fahrsimulator weil der einfach auch sehr gut ankommt bei den besuchenden wir haben wieder zwei flächen wo wir inhalte zeigen können zusätzlich haben wir jetzt aber auch ein eingangsbereich mit einer großen leinwand wo wir mit projektionen arbeiten können wir haben auch das ist hinten rechts um die ecke sieht man so ein bisschen dass da licht ist da steht auch ein roll-up glaube ich vom xr hub da haben wir noch mal zusätzlich eine testfläche und auch eine co working space das heißt hier kann man jetzt auch wenn wir mit firmen zusammenarbeiten oder studierenden zusammenarbeiten direkt sachen ausprobieren man kann die fläche auch freiräumen und zusätzlich noch mal nutzen das heißt wir sind ein bisschen flexibler geworden und bevor ich jetzt gleich darauf eingehen was das proxy für uns ist erstens die namensänderung dass wir ganz oft gefragt warum wir das gemacht haben und warum proxy tatsächlich ist der hintergrund dass wir einerseits gemerkt haben als wir angefangen haben bei der fokus auf virtual reality inhalten deswegen die alab wir machen aber mittlerweile sehr viele projekte wo es auch um web escape games geht oder es geht um augmented reality inhalte wir haben sachen gemacht wo es um kai und kunst ging und deswegen wollten wir einfach uns nicht mehr einschränken im namen auf eine technologie der name ist tatsächlich auch im deutschen museum höchst umstritten mit proxy mit sehr lange im team diskutiert was wir nehmen könnten annahmen und haben dann auch eine umfrage gemacht und frannten dann proxy ganz charmant weil es ein bisschen ja weiß für einige die denken vielleicht an den proxy server der steht für vermittlung kommunikation sozusagen für uns andere fühlen sich vielleicht ans proxy kino erinnert das passt durchaus auch zum deutschen museum ist es kurz knapp man kann es auch auf englisch aussprechen das waren so die ganzen gründe warum wir gesagt haben wir machen das so das war sozusagen der hintergrund zum proxy und tatsächlich auch das gleich als update ich habe jetzt gerade davon gesprochen man sieht es ja auch das ist das eröffnungswochenende im rahmen des festivals der zukunft zusammen mit 1 in 9 im juli wir sind seit ende des jahres tatsächlich schon wieder geschlossen also falls jetzt einige von ihnen sich gedacht haben da gehe ich mal vorbei das geht aktuell nicht weil tatsächlich wir sind seit ungefähr einem jahr nicht mehr teil des museum 4.0 projekts in der finanzierung weil es darum geht das projekt zu verstetigen und ende des jahres sind die mittel ausgegangen für das personal das heißt die fläche existiert so noch wird auch weiter genutzt für forschung und kooperationsprojekte und wir sind aktuell dran neues modell zu finden um tatsächlich dann die fläche auch wieder für besuchende zu öffnen aber aktuell sind wir leider geschlossen trotzdem erst das proxy für uns eben und deswegen eben auch mehr oder deswegen existiert es auch immer noch obwohl es für den besuchsbetrieb geschlossen ist weil es für uns ein ort das wo wir eben neue angebote erst mal testen können wir arbeiten ganz viel mit prototypen da gehe ich dann gleich auch noch mal darauf ein wenn es um das proxy als coworking space geht da steht schon das heißt noch mal ganz explizit nicht nur ein wir nehmen eine neue technologie weil wir vielleicht was entwickelt haben zusammen mit einem start-up und das wird dann an und mit dem besuchenden getestet sondern eben auch ein wir laden auch gerne ein und sagen kommt vorbei nutzt unsere technologie und schaut einfach mal was ihr daraus machen könnt und das ist einerseits die technologie die wir im proxy haben und da haben wir in den letzten jahren relativ viel aufgebaut aber auch natürlich wir haben zusätzlich ja noch an einem anderen ort im museum dieses 3d scan labor und fotostudio das heißt das arbeitet auch alles eng zusammen und dementsprechend ist es für uns nicht nur ein ort wo wir ja zusammen arbeiten und entwickeln sondern wir machen auch häufig veranstaltungen wo wir versuchen uns auszutauschen wo es kleine vorträge gibt oder eben auch wir arbeiten eng zusammen mit verschiedenen anbietern unterstützern der kultur und kreativwirtschaft in münchen oder generell in bayern um dann auch neue projekte einfach einzuladen ihre inhalte bei uns auf der fläche zu präsentieren und das ist eben für uns eine experimentierfläche für forschung und lehre also das eine ist das testen von solchen technologien mit den besuchenden oder auch mit den firmen aber natürlich auch daran anknüpfen forschungsfragen zu stellen das heißt bei uns gibt es auch abschlussarbeiten die stattfinden seminare promotionen und so weiter und damit habe ich schon so ein bisschen auf die nächsten bereiche vorausgegriffen aber ich möchte trotzdem im detail noch mal darauf eingehen dass weil ich glaube jetzt gibt es so ein bild wie das proxy aussieht und es gibt diesen film vom vor alle aber ich würde das gerne noch ein bisschen unterfüttern zum einen das proxy eben als besuchsbetrieb oder als vermittlungsangebot hier sieht man noch mal das klassische bild mit dem fahrsimulator und ich habe auch gerade schon mal gesagt wenn eben diese zwei flächen mit dem fahrsimulator hier steht jetzt vier mitarbeitende das sind eben die die wir leider den personal wegen mittelmangel so rum nicht mehr haben das ist aber das was sozusagen der grundstock für uns war diese fläche zu betreiben das heißt diese vier mitarbeitenden haben auch schon vorher im vr lab gearbeitet da hatten wir tägliche öffnungszeiten also von montag bis sonntag meistens für vier stunden am tag plus noch mal zwei je nachdem das liegt daran weil zum einen ist es so dass natürlich die technologie haben wir festgestellt irgendwann ist es ganz gut meine pause einzulegen und sei es nur für eine stunde um mal alles runter zu fahren die brillen laufen irgendwann heiß gar nicht so sehr wegen akkus sondern tatsächlich einfach um einmal neu zu starten und natürlich ist auch so viel mitarbeitende ich weiß nicht wer mitgerechnet haben wir haben drei flächen es gibt eine anmeldung damit sind alle positionen besetzt das heißt da muss schon auch gut kommuniziert werden dass man jemand zwischendurch auf die toilette kann oder essen gehen kann oder eine raucherpause machen kann das heißt vier mitarbeiten ist tatsächlich das absolute minimum und deswegen waren wir dann auf der neuen fläche auch erst mal bei drei tagen öffnungszeiten weil wir hier natürlich nicht mehr eingebettet sind in ausstellungsbereich wo schon alles koordiniert ist wo ein wochenenddienst sowieso da ist und das ist was was ich jetzt deswegen betone das klingt vielleicht so schön wenn ihr das am deutschen museum so macht aber es tatsächlich eines der wichtigsten punkte um die es geht wenn andere museen sowas planen und das sieht man ja jetzt eben auch bei uns es ist häufig so dass so eine technologie je nachdem gibt auch sehr kritische stimmen zu dieser technologie aber es gibt ganz viele die eigentlich erst mal sagen wir möchten das auch im museum haben in irgendeiner form und aber nicht mitdenken dass gerade vr anwendungen die interaktiv sind ist was anderes wenn ich sage ich habe ein 360 grad video und ich setze eine person auf dem stuhl und die brille liegt da und zwischendurch guckt mal jemand aber selbst da brauche ich eigentlich personal was mal auch fragen beantwortet wenn die brille sich zum beispiel wenn man aus versehen rausgekommen ist und im hauptmenü gelandet ist wie komme ich da wieder rein was ist wenn es gerade gar nicht geht also es wird häufig unterschätzt wie viel personal so was braucht solche technologien weil oft die verknüpfung kopf noch ist wenn es digital ist dann brauche ich weniger fläche und weniger personal das läuft ja alles automatisch und deswegen betone ich das immer so genau ich habe gerade schon gesagt wir hatten eine feste anmeldung und wir hatten dementsprechend auch eine feste nutzungsdauer festgelegt um möglichst viel unmut zu verhindern und das hat ganz gut geklappt das dann einfach auch klar war heute komme ich noch dran oder nicht mehr was wir zeigen im proxy ist zum einen die landing site von apollo 15 das aber auch noch so eine andere mission mit drin einfach weil wir verschiedene elemente zeigen wollen das heißt man ist auf dem mond man kann es sowohl auf der fläche sich anschauen also darüber laufen als eben auch auf dem phasemulator wir haben die solzer dampfmaschine das ist eine dampfmaschine die webmaschinen spinnmaschinen angetrieben hat und gerade hier ich habe das vorher angesprochen mit der rekontextualisierung gerade hier war das total wichtig die maschine steht im ausstellungsraum die ist sehr imposant und man kann die manchmal auch noch anmachen aber oft fehlt es an der vorstellung wie dann eigentlich so eine maschine in so einer maschinenhalle aussieht wenn da ganz viele spinnmaschinen sind und man kann dann hier auch ja zum beispiel den kopf in den dampfkessel stecken oder eben auf die maschine drauf gehen das heißt man kann einfach noch mal sich ganz anders mit den inhalten beschäftigen wir haben von lilienthal einen der ersten flüge mit dem normal segelapparat das ist so eine szene da zeige ich gleich auch noch ein video dass man so ein bisschen eine vorstellung bekommt wie das aussieht die ist bei den besuchenden total beliebt und dann sind sie doch mal ein bisschen enttäuscht weil die hoffnung ist immer zu fliegen das bieten wir aber ganz bewusst nicht an also man kann bei uns nur auf dem fahrsimulator fahren bei allen anderen sequenzen ist es so dass man dreimal drei meter hat um sich frei zu bewegen und ansonsten kann man sich mit dem controller teleportieren das machen wir vor allem deshalb um motion sickness zu verhindern auf der fläche gelingt uns das ganz gut auf dem fahrsimulator da haben wir tatsächlich kotztüten zur verfügung und es gab auch schon den einen oder anderen unfall und das personal muss auch hier sehr gut geschult sein um vor dem besuchenden möglichst zu merken jetzt sollte ich mal eine pause einlegen und dementsprechend machen wir das nicht dass auf der fläche die leute stehen aber dann im kopf sozusagen fliegen aber man kann den teil zugucken und wir haben dann noch von benz dem patent motorwagen also das eines der ersten autos und man kann eben dann hier verschiedene objekte sich anschauen aber vor allem mit ihnen interagieren und bekommt auch eine geschichte erzählt man sieht eben hier bei lilienthal es ist so also ein beispiel wenn man hier in der sequenz landet dann bekommt man erstmal über eine audiospur man kann sich den text auch einblenden lassen erzählt wo man ist in welchem jahr man ist dass es der fliege berg in der nähe von berlin ist und dann kann man verschiedene sachen erkunden man kann ihn natürlich so oft wie man möchte fliegen lassen man kann ihm ein anderes fluggerät zur verfügung stellen und dadurch auch so ein bisschen sehen wie unterschiedlich sich der auftrieb verhält und man kann dann auch ein foto von ihm machen und seine werkstatt sich anschauen also es gibt immer so kleine elemente wir haben selten mehr als vier bis fünf stationen die sich die besuchenden anschauen wir haben zum beispiel bei mond die möglichkeit ich glaube da haben wir die meisten informationen drin dass man das mond auto starten und zugucken kann wie es durch die gegend fährt man kann sich aber auch das getriebe rauszoomen und genau anschauen weil das eine besondere entwicklung damals war man kann sich die forschungsstation anschauen und gerade beim mond haben wir auch ein paar easter eggs versteckt und das besondere am mond ist wenn man auf der fläche ist man kann golf spielen weil das damals auch tatsächlich ellen shepherd ein astronaut gemacht hat der hat ein eisen mit hochgeschmuggelt auf den mond und dementsprechend fanden wir das einerseits eine ganz lustige anekdote und andererseits kann man natürlich so auch spielerisch das thema schwerkraft auf dem mond angehen und so haben wir kleine geschichten überall eingebaut bei bens ist zum beispiel so dass bertha bens die frau von karl bens die tatsächlich viele testfahrten gemacht hat vorbeikommt am ende und man für sie das auto fertig zusammenbaut damit sie dann eine runde drehen kann tatsächlich ist auch hervorzuheben dass es nicht nur darum geht dass wir die objekte gescannt haben und dann nach modelliert und animiert haben sondern es ist alles sehr genau mit den konstruktionsdaten abgestimmt also tatsächlich ist das mond auto sehr genau noch mal abgestimmt mit den konstruktionsdaten von der nasa und selbst die mondoberfläche ist ausgehend von satellitendaten erstellt worden das heißt auch hier sind wir sehr nah dran an dem was man tatsächlich dann auch wenn man selber auf dem mond wäre sehen würde genau jetzt komme ich noch mal sozusagen weiß oder der große aufschlag aber ich möchte noch mal zwei kleine weitere punkte hervorheben ich habe schon gesagt dass proxys für uns auch eine experimentierfläche das bedeutet dass wir einerseits statistiken heben aber natürlich auch ganz konkret forschung machen wir hatten über 22.000 besuchende in der zeit in der wir geöffnet waren also von 2018 bis zur schließung ende letzten jahres wir hatten 62 einzel events das heißt wir haben auch geburtstag gruppen buchungen und so weiter und wir haben was die forschung betrifft versucht so einen aufbau zu machen das heißt wir haben 2018 direkt mit der öffnung angefangen dass das personal beobachtungstagebücher geführt hat alles aufschreiben was so auffällt wir haben da erste anpassungen schon vorgenommen zum beispiel wie reinigen wir die brillen korrekt und wir haben dann aufbauend von diesen beobachtungstagebüchern zehn vertiefende interviews geführt mit den besuchenden das heißt wir haben dann erst mal geguckt welche themen kommen denn überhaupt auf wir hatten zwar so ideen was wir abfragen wollen aber haben da dann erst mal interviews vorgeführt wo wir vielleicht noch mal tiefer reingehen müssen oder welche fragen wir vielleicht auch zusammenfassen können und haben davon dann ausgehend einen zweiseitigen fragebogen erstellt der alles mögliche behandelt also wir wollten erst mal so rund umschlag wer kommt zu uns wie alt sind die leute also auch so ein bisschen im abgleich an die besuchsstruktur im ganzen haus klassisch auch die frage würden die leute geld zahlen für so ein angebot wir müssen ja überlegen wie sind finanzierungsmodelle in zukunft möglich welche vorerfahrung haben die besuchenden wie haben sie die usability empfunden und was hat sie besonders interessiert also das waren so fragen mit fragebogen auf englisch und deutsch zur verfügung gestellt und haben dann 400 besuchende also 400 fragebögen zurückbekommen die wir ausgewertet haben und ich habe meine kleine übersicht mitgebracht das hier ist einmal die altersverteilung wo man sieht das schon so peaks sind in den jüngeren ran man sieht aber auch ich habe es um dazu geschrieben dass 42 fragebögen leider nicht ausgefüllt wurden beim alter da wollte man uns glaube ich nicht sagen wie alt die teilnehmenden sind für uns war sehr interessant weil wir natürlich vor allem besuchende anziehen die auch interesse an technik haben das trotzdem relativ große anteil eigentlich noch keine erfahrung hatte vor allem mit interaktiven vr systemen das heißt auch mit den kontrollern weil häufiger die problematik im umgang nicht die brille ist und dass ich bin jetzt in der virtuellen realitäten wie gehe ich damit um sondern tatsächlich wie bediene ich diese controller für uns war auch sehr interessant weil das ja auch manchmal eine frage im museum selber ist wenn wir jetzt text dazu packen und was text auftaucht zerstört es die illusion die immersion oder nicht und es ton vielleicht besser oder ist ton schwieriger weil ich so überwältigt bin von der welt zum beispiel dass ich eigentlich gerade gar nicht zuhören und gern mir den text dann einblenden lasse wenn ich möchte und deswegen war es für uns auch gut die rückmeldung zu bekommen dass eigentlich beides recht gleich häufig benutzt wird und dementsprechend haben wir also das ist quasi ein fragebogen der alten sequenzen und dementsprechend gibt es auch in den neuen beides wieder mit ton und text für uns war auch sehr interessant wie großes interesse eigentlich an der technologie selbst ist also wir haben ja gesagt wir machen da sehr transparent was zeigen wir wie welche technik verwenden wir aber auch tatsächlich wie viel nachfragen kamen auch wie funktioniert das wie funktioniert das tracking welche brillen und warum wie entwickelt sich die technologie wo wird das dann sonst noch angewendet in der industrie wodurch natürlich auch versucht haben unser zusatzangebot mit vorträgen und gästen anzupassen und es gab ein sehr großes interesse an denen sagen wir mal analogen also an den realen ausstellungsobjekten das heißt es gab dann auch viele nachfragen wo steht denn jetzt das mondauto ich würde mir das jetzt gerne ausstellung anschauen was natürlich auch schön zu sehen ist dass es eine rückbindung gibt an die ausstellungsflächen und wir haben dann diese ganzen ergebnisse genommen wir haben einmal einen bericht veröffentlicht auf der museum 4.0 seite wo man sich den auch anschauen kann auch unsere learnings aus betriebskonzept wir haben dann aber für museen auch noch zwei grafiken entwickelt das eine sozusagen hier zu sehen das ist so eine gesamtübersichts grafik wo es erst mal darum geht so ein bisschen zu verdeutlichen dass virtual reality oder auch augmented reality nicht gleich zu behandeln ist wie einem bild wie ein bildschirm also es nicht ein ich habe jetzt platz in der ausstellungsfläche und ich habe noch ein bisschen geld übrig also kaufe ich jetzt mal eine vr brille und dann überlege ich mir danach was ich damit mache sondern dass damit ganz ganz viele andere fragestellungen noch zusammenhängen nicht nur mit also allein schon bei der technik und infrastruktur die brille reicht meistens nicht brauche ich noch ein pc dazu oder nicht und wenn ich ein stand alone habe funktioniert das mit meinen inhalten ich habe es gerade schon erwähnt betriebskonzept personal die ganzen kosten die dazukommen aber natürlich auch die inhalte das was ich ganz am anfang gesagt habe lohnt sich es überhaupt also es bringt ja auch nichts wenn ich jetzt ein objekt scanne was sowieso schon in dem ausstellungsraum steht und dann habe ich das aber noch mal virtual in virtual reality zur verfügung die person besuchenden setzen sich die brille auf und laufen in virtual reality um dasselbe objekt herum was sie auch ohne brille können also auch die fragen transparent zu machen beziehungsweise deutlich zu machen virtual reality ist halt eher wie so eine eigene kleine ausstellung und nicht ein bildschirm und wir haben daraus dann noch mal einen zweiten gemacht eine zweite grafik das ist hier so ein flussdiagramm wo wir versucht haben museen auch noch mal eine hilfestellung zu geben was kann ich denn überhaupt bei mir im haus machen weil natürlich ist das was wir mit dem proxy machen das ist machbar wegen oder war machbar im moment sind ja zu zumindest vom betrieb hier aber ist machbar wegen der finanzierung gewesen und weil wir ein großes haus sind und auch viel fläche haben das ist aber nicht überall so möglich und es gibt aber ganz viele abgestufte varianten was ich sonst machen kann wenn ich wenig personal habe wenn ich wenig fläche habe wenn es nur temporär ist und dafür haben wir dann so ein flussdiagramm erstellt wo sich dann die museen entlanghangeln können und einen leichteren einstieg hoffentlich in die technologie haben ich habe es vorhin angedeutet darüber hinaus ist aber auch so dass wir eben sehr viel auch vernetzt sind im bereich forschung und lehre das heißt wir sind viel auf konferenzen tauschen uns aus weil genau deshalb wenn ich sage dass wir so eine fläche haben ist was besonderes geht es auch darum dass wir das dann auch nutzen für andere museen also das nach außen tragen darüber reden publizieren wir haben aber eben auch mit t u lm u aber auch mit anderen universitäten zusammen abschlussarbeiten gemacht studien durchgeführt lehrveranstaltungen durchgeführt oder hatten hier dann auch praktikantin oder eine scholar in residence die im rahmen von der beginnenden promotion hier im bereich 3d scan und modellierung gearbeitet hat und das können dann ganz unterschiedliche projekte auch sein die daraus entstehen ich habe mir hier so drei studierenden projekte mitgebracht es ist einmal ein projekt was aus dem seminar entstanden ist das ist eine virtuelle orgel die man bedienen kann die ist jetzt in der museums app es gibt auch das projekt oben rechts ist quasi der versuch wie kann man mit einem durchsichtigen bildschirm bei einem diorama zum beispiel arbeiten was kann ich da anzeigen lassen und dann hatten wir auch ganz klassisch ein exit game für unseren ehrensaal den kann man über action bound sich anschauen das exit game das ist auch im rahmen von dem seminar entstanden so abschließend für die letzten paar minuten möchte ich noch was zum co creation space sagen den haben wir noch gar nicht so lang und wir sind eigentlich schon wieder fast zu aber der ist für uns eigentlich oder für mich ist das immer so ein herzstück die experimentierfläche ist total wichtig für forschung und lehrer um das wissen weiter zu geben aber der co creation space ist für uns auch total wichtig weil das eine ist wie vermitteln wir das ganze aber auch wie bringen wir die inhalte überhaupt ins museum also auch die inhalte selbst die virtuellen inhalte sind ja kostspielig und wie machen wir das in zukunft müssen wir jedes mal unglaublich viel geld einwerben und dann geben wir das einem unglaublich aufwändige vergabeverfahren wieder raus an firmen und es kostet dann ganz viel zeit und am ende ist die technologie schon viel weiter als dieses vergabeverfahren oder bis wir das geld haben wie machen wir das in zukunft und wir haben gesagt wir brauchen eigentlich mehr solche orte wo man direkt zusammen mit firmen arbeiten kann das heißt wir haben wettbewerbe gemacht mittlerweile mit zwei wettbewerbe einmal konkret zum thema augmented reality einmal ganz offenen wettbewerb um zu testen was finden denn firmen an uns interessant weil wir wissen wir können nicht so viel geld bieten wie das die freiwirtschaft bieten kann also wir sind nicht konkurrenzfähig wir sind eher immer so ein bisschen die bittsteller die sagen wir hätten das gerne wir haben nicht so viel geld tatsächlich ist aber so dass wir haben eine fläche die wir zur verfügung stellen können wir haben technologie oft auch zum ausprobieren also wir hatten jetzt ersten wettbewerb wo wir die rückmeldung bekommen haben das ist was wir schon länger testen wollten aber wir hätten nie das geld gehabt in die technologie zu investieren die ihr schon habt oder user testings bei uns zu machen also das heißt dieser space ist für uns total wichtig um zu gucken wie kann man in zukunft besser zusammenarbeiten aber auch wie kann man neue inhalte neue ideen reinbringen das heißt wir hatten letztes jahr auch ein projekt mit digital residencies da hatten wir künstler in international eingeladen ganz frei auch wieder dass wir es auch ganz neu für museen eigentlich dass wir sagen wir haben das sind unsere 3d scans wir haben ungefähr 200 gescannte objekte davon ist auch ein großteil mittlerweile auf sketch web verfügbar nehmt euch die schaut euch um was es im haus gibt und pitcht uns eine idee was ihr damit machen wollt und wir gucken ob es uns passt und wo wir es einsetzen können und das hat sehr gut funktioniert hier einfach ein bisschen mal zu testen und dann auch natürlich geben wir das wissen ja auch weiter zu uns im haus ins haus an unsere kurator in oder ein andere museen was kann ich damit machen was hat funktioniert was funktioniert nicht und ich habe auch hier ein paar beispiele mitgebracht was das für uns alles bedeutet also wir arbeiten ganz viel stand ja auf der anderen seite sieben prototypen mit diesen prototypischen konzepten weil wir natürlich einerseits können wir das haus auch nicht überladen mit der 15 augmented reality app die wir nicht einbinden können in die museums app uns geht es tatsächlich darum zu testen und dann das wissen weiter zu geben und man sieht hier eben verschiedene beispiele wir haben apps gemacht wo die georahmen augmentiert wurden wir haben augmented reality genutzt zur navigation wir haben aber auch eigene apps entwickelt also es gibt eine augmentierte publikation die wir gemacht haben das heißt mit einer app kann man dann sich noch mal elemente aus den vorträgen anschauen oder 3d objekte wir haben tatsächlich auch im letzten jahr eine eigene app veröffentlicht leider nur im playstore weil apple also playstore schon hart für eine öffentliche einrichtung zu publizieren aber den apple haben wir nicht geknackt es ist die greifbar app das heißt das ist eine app die anderen museen oder generell museums mitarbeitern erklärt was augmented reality eigentlich ist wie es einsetzen kann und was ich dafür brauche das heißt das ist so ein bisschen wir wir bauen so ein portfolio auf quasi was wir dann wieder nutzen können ins haus rein für die forschung aber eben auch für andere museen und genau da bin ich jetzt am ende bei dem punkt wir müssen mehr rausgehen und das war vielleicht die frage weil wenn ich die brille im haus auf habe dann gehe ich nicht unbedingt raus für mich bedeutet wir müssen mehr rausgehen dass wir solche angebote jetzt eigentlich nicht nur virtual reality angebote oder generell extended reality angebote sondern generell digitale angebote vielleicht sogar alle angebote in zukunft aber daran würde ich sagen entscheidet sich gerade dann müssen museen mehr rausgehen bis vor ein paar jahren teilweise auch immer noch sind museen so sehr für sich bis in unser haus und wir machen das so und das führt natürlich oft dazu dass jeder oft dieselben fehler wiederholt oder das halt viele bei null anfangen und deswegen ist für uns das eine was natürlich am anfang steht ist ganz klar dass diese technologie neue zugänge bieten und das bedeutet dass wir dann halt eben auch mehr vernetzung zwischen den museen brauchen so wie wir es jetzt gerade schon machen mit museum 4.0 aber auch darüber hinaus brauchen wir eigentlich viel mehr austausch und viel mehr vielleicht auch mal inhalte weitergeben weil wir jetzt aufwändig eine mondsequenz virtuell haben und jetzt ein anderes museum das eigentlich nur mal braucht für eine sonderausstellung warum denn die inhalte nicht weitergeben und wie macht man das und genau dafür braucht es eben auch räume um überhaupt erst mal solche entwicklungen ja gemeinsam anzudenken zu experimentieren so wie ich vorher meinte dass so eine fläche wie das proxy kann ich jedes museum haben aber genau deshalb sind größere museen und deswegen ist auch sind auch fördermittel gebende in der verantwortung zu gucken wo kann ich denn solche räume schaffen um dann entsprechend wissen aufzubauen dass ich dann wieder rückwirkend in kleinere mittlere häuser zurückgeben kann in der kulturlandschaft und das ist eigentlich das was für uns die wichtigste aussage ist für das proxy und damit möchte ich auch schließen und ja freue mich gleich auf fragen anmerkungen was vielleicht sonst noch so aufgekommen ist dankeschön so